Diese 1.20 Seeds sind ziemlich insane. Minus 428853 Bei diesem Seed findest du den vielleicht größten Eisssee, den du je gesehen hast. Er ist wie ein Gletscher, der gar nicht schmelzen kann. Aber nicht nur das, sondern auch wenn du in die eisigen Tiefen tauchst, findest du Eisblöcke, die ordentlich in die Tiefe gehen. Minus 5508727 Es ist vielleicht der beste Seed für deine Bergbase. Riesige Steinhügel neben tiefen Täler machen diesen Seed zu einem wunderbaren Ort, um der König auf dem Berg zu sein. 5093883 Hier findest du eine große Insel einsam im Ozean. Und wenn du genauer schaust, findest du eine Lush Cave, die schöner nicht sein kann. Ein wunderbarer Ausblick aufs Meer mit einer wunderschönen Atmosphäre.